12 Uhr die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Der Attentäter von München hat nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei allein gehandelt. Die türkische Regierung hat die zulässige Dauer des Polizeigewahrsams von 4 auf 30 Tage ausgeweitet. Beim Treffen der G20-Staaten hat Finanzminister Schäuble für eine weltweit geltende Steuer auf Finanzgeschäfte geworben. Die Meldungen im Einzelnen. Nach dem tödlichen Angriff in München hat die Polizei Entwarnung gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Tat von einem 18-jährigen Deutsch-Iraner verübt, wie Polizeipräsident Andrei mitteilte. Eine Verbindung zur Terrormiliz IS gebe es nicht. Der Mann hatte gestern Abend in einem Einkaufszentrum und einem nahegelegenen Schnellrestaurant zunächst neun Menschen erschossen. Anschließend tötete er sich selbst. 16 Personen wurden verletzt. Das Motiv ist bislang nicht bekannt. Im Stadtteil Maxvorstadt durchsuchte die Polizei die Wohnung des Täters. Das mehrstöckige Haus wurde weiträumig abgesperrt. In München normalisierte sich die Lage wieder. Der gesamte Nahverkehr war für mehrere Stunden eingestellt worden. Auch der Zugverkehr stand zeitweise still. Der Münchner Oberbürgermeister Reiter äußerte sich entsetzt über die Tat. Bayerns Ministerpräsident Seehofer sprach von einer brutalen und menschenverachtenden Tat. Zugleich kündigte er Konsequenzen für die Sicherheitsvorkehrungen an. In München kam das bayerische Kabinett zu einer Sondersitzung zusammen. In Berlin berät Bundesinnenminister de Maizière mit den Spitzen der Sicherheitsbehörden über die Lage. Anschließend nimmt er an einem Treffen des Bundessicherheitskabinetts im Kanzleramt teil. De Maizière ordnete Trauerbeflaggungen in ganz Deutschland an. Dies geschehe als Zeichen der Anteilnahme, teilte sein Ministerium mit. Bundespräsident Gauck hat sich bestürzt über den Anschlag von München gezeigt. Er sprach von einem mörderischen Angriff. Die Bundesregierung drückte den Opfern ihr Mitgefühl aus. Beileidsbekundungen kamen aus zahlreichen europäischen Ländern, sowie aus den USA und Russland. Das iranische Außenministerium erklärte, man verurteilte die Ermordung von Unschuldigen. Der griechische Ministerpräsident Tsipras schrieb auf Twitter, er stehe in diesen schweren Zeiten solidarisch an der Seite der Deutschen. Man dürfe nicht zulassen, dass Gewalt die Zukunft Europas bestimme. In der Türkei dürfen Festgenommener nach einem Beschluss der Regierung bis zu 30 Tage festgehalten werden. Dazu wurde heute ein Dekret veröffentlicht. Bisher beträgt die Höchstdauer vier Tage. Nach dem gescheiterten Putschversuch wurden etwa 11.000 Menschen in Gewahrsam genommen. In dem Dekret wird auch angeordnet, tausende Institutionen aufzulösen, die zur Hizmet-Bewegung des islamischen Predigers Gülen gehören. Darunter sind Privatschulen, Vereine, Gewerkschaften und Gesundheitseinrichtungen. Der am Mittwoch ausgerufene Ausnahmezustand erlaubt es der Staatsführung, per Dekret zu regieren. Im chinesischen Chengdu haben die führenden Industrie- und Schwellenländer mit Beratungen über ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum begonnen. Bei der Konferenz der G20-Staaten warb Bundesfinanzminister Schäuble für eine faire und sozial ausgewogene Steuerpolitik. Außerdem schlug er die Einführung einer globalen Steuer auf Finanzgeschäfte vor. Neben Deutschland wollen dies neun weitere europäische Staaten durchsetzen. Bei den bisherigen Verhandlungen über dieses Thema gab es kein greifbares Ergebnis. Experten zufolge hätte eine solche Abgabe nur dann Sinn, wenn sie an allen maßgeblichen Finanzplätzen gelten würde. Bei der von Schäuble favorisierten Finanztransaktionssteuer handelt es sich um eine Art Mehrwertsteuer, die beim Handeln mit Bank- und Börsenprodukten erhoben wird. US-Präsidentschaftsbewerberin Clinton hat den demokratischen Senator Cain zu ihrem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten ernannt. Die Entscheidung für den 58-jährigen Politiker aus dem Bundesstaat Virginia gab Clinton per Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Sie hob dabei Cains politische Erfahrung, seine Kompetenz in Außen- und Sicherheitsfragen sowie sein soziales Engagement hervor. In Deutschland ist die Zahl der Asylanträge von unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen stark angestiegen, das meldet der hessische Rundfunk und beruft sich dabei auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen. Demnach wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fast 18.000 Asylanträge registriert. Das sind rund sechsmal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Den Angaben zufolge werden die meisten Fälle positiv entschieden. Die Republik Irland und die britische Provinz Nordirland wollen ihre Grenzen nach dem EU-Austritt Großbritanniens offen halten. Der irische Ministerpräsident Kenney sagte nach Beratungen in Wales, es gebe moderne Mittel, um starre Grenzen zu vermeiden. Zudem äußerte er die Hoffnung, dass Großbritannien möglichst enge Verbindungen zur Europäischen Union aufrechterhalten werde. Beim Referendum am 23. Juni hatte sich Nordirland mehrheitlich für den Verbleib in der EU ausgesprochen. Insgesamt gab es in Großbritannien eine knappe Mehrheit für den Austritt. Nach dem Tod eines jungen Mannes in Polizeigewahrsamen hat es im Großraum Paris die vierte Nacht in Folge Proteste gegeben. Mehrere tausend Menschen beteiligten sich in Beaumont-sur-Oise, einem Vorort der französischen Hauptstadt, an einem Gedenkmarsch für den 24-Jährigen. Er wurde festgenommen, nachdem er die Verhaftung seines Bruders verhindern wollte. Auf der Fahrt zur Polizeiwache wurde er ohnmächtig und starb kurze Zeit später. Eine Autopsie ergab, dass er eine schwere Infektion an mehreren Organen hatte. Rund zwei Wochen vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ist ein weiterer Terrorverdächtiger festgenommen worden. Der mit Haftbefehl gesuchte Mann habe sich an der Grenze zu Bolivien den Behörden gestellt, meldet die Nachrichtenagentur SID. Damit sei nur noch ein Verdächtiger auf der Flucht. Bereits am Donnerstag waren zehn Personen verhaftet worden, die Sympathien zur Terrormediz Islamischer Staat bekundet und den Kauf von Waffen vorbereitet hatten. Die Gruppe soll auch Anleitungen zum Bau von Bomben ausgetauscht haben. Im Norden Chinas sind in den vergangenen Tagen rund 80 Menschen bei Unwettern ums Leben gekommen. Wie die Regierung in Peking mitteilte, werden mehr als 90 Bewohner vermisst. 400.000 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Besonders betroffen ist die Provinz Sebay. Dort hatten wie in anderen Regionen heftige Regenfälle zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Und hier noch einmal die Übersicht. Der Attentäter von München hat nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei allein gehandelt. Die türkische Regierung hat die zulässige Dauer des Polizeigewahrsams von vier auf 30 Tage ausgeweitet. Beim Treffen der G20-Staaten hat Finanzminister Schäuble für eine weltweit geltende Steuer auf Finanzgeschäfte geworben. Das Wetter. Im Norden und Osten weitgehend trocken und oft länger sonnig, sonst teils kräftige Schauer und Gewitter. 21 bis 30 Grad. Morgen im Norden und Osten trocken, in der Südhälfte Gewitter 22 bis 31 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag wenig Wetteränderungen bei 22 bis 31 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 13 Uhr. Deutschlandfunk. 12 Uhr und 8 Minuten die Verkehrslage. Staus und Behinderungen ab 5 Kilometern Länge auf der A1 Lübeck Richtung Hamburg. Zwischen Hamburg-Öchendorf und Hamburg-Südost 6 Kilometer. Auf der A1 Euskirchen Richtung Köln zwischen Weiler-Swist-West und Gläuel 7 Kilometer. A1 Köln Richtung Münster zwischen Westhofener Kreuz und Dortmund-Unner 6 Kilometer. A1 Osnabrück Richtung Bremen zwischen Bramsche und Holdorf mehr als 10 Kilometer Stau. A1 Bremen Richtung Lübeck zwischen Maschener Kreuz und Hamburg-Südost 12 Kilometer. A3 Frankfurt Richtung Würzburg zwischen Würzburg-West und Heidingsfeld 7 Kilometer. A3 Nürnberg Richtung Passau zwischen Oberölsbach und Fellburg 14 Kilometer. A3 Nürnberg Richtung Passau zwischen Burgen und Metten 7 Kilometer. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Köln-Mühlheim und Langenfeld mehr als 10 Kilometer. A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Kronau und Bruchsal an der Baustelle 8 Kilometer. A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Kronau und Bruchsal 8 Kilometer. Und zwischen Bruchsal und Karlsruhe Nord 6 Kilometer. A6 Heilbronn Richtung Nürnberg zwischen Heilbronn-Neckar-Sulm und Weinsberg 18 Kilometer. A7 Würzburg Richtung Ulm zwischen Marktbreit und Offenheim 8 Kilometer. A7 Ulm Richtung Füssen zwischen Nesselwang und Grenztunnel Füssen 10 Kilometer. A7 Hamburg Richtung Flensburg zwischen Hamburg-Barenfeld und Schnelsen 8 Kilometer. A8 Stuttgart Richtung München zwischen Eichelberg und Merklingen 5 Kilometer. A8 Mönchen Richtung Salzburg zwischen Traunstein und Rastplatz Schwarzbach 16 Kilometer. A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt zwischen Müllrose und Grenzübergang Frankfurt oder 15 Kilometer Stau.